Ich bin hier mit der beste Newcomer aller Zeiten. Wirklich, dieser Junge, der wird Deutschland rasieren. Der Weg ist das Ziel. Wenn Kollegah mit Newcomer seid in einer Villa chillt, mitten im Wald, alleine mit Latinas, kann das überhaupt gut gehen? Schaut es euch an, ihr erfahrt es in dieser Folge bei Backstage. So, wir haben jetzt einen Plan. Der Seyed hat gesagt, er möchte unbedingt ein paar Latinas mitnehmen. Da muss man auch den Leuten erzählen warum. Wir haben eine Villa, eine riesige Villa, aber die ist natürlich etwas abgeschottet. Also, drumherum gibt es nur Wald. Aber wirklich zehn Kilometer weit nichts. Zehn Kilometer nur Wald, Alter. Und jetzt erzähl mal jetzt, wie wir die Leute dazu animieren, zu uns zu fahren. Da gehst du einfach zu dem See, wo die Latinas frei rumlaufen. Und dann sagst du zu denen, Hello Latinas, we are the German Rap Superstars, Seyed and Kollegah. Here is some money, now you come in the bus. Come on Latinas, let's go, let's go, let's go, 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 go. And then you go jump in the pool, in the villa, with a little dancing, little dancing, tracking, hey, hey. And when we say, you go home, you go home. You go outside of the gate and it's straight on, you go home. Okay, let's go Latinas. Jetzt auf der Suche nach dem See, wo wir Latinas werden kriegen. Heimscheißso. Do you want some desert? No, 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 thank you. You have to go. So, das ist immer. Okay, listen, girls, please, who can twerk? Which girl can twerk? Not you. You can twerk? Okay, we need four. More. Who can twerk two? You? Twerk? Okay. Okay, we need three more. Valentina? Valentina? That's twerk. That's twerk. That's twerk. That's twerk. That's twerk. That's twerk. Okay, we need two more. Who can twerk? You know what twerk is? You know what twerk is? You know what twerk is? Body shape. Okay, you can do it. You can do it. You can do it. You can do it. So, we can speak. So, we can speak. So, we can speak. Yeah, we can. Okay, for the twerk, put 50 euro per twerk. Yeah, extra. Yeah, extra. Okay. I can do it. Okay. One more. We need one more. Me. Okay. Two more. Two more. Two more. Three more. Two more. One more. Welche Latine hat euch am besten gefallen? Waren die Tipps von Kollegah und Said für euch hilfreich? Habt ihr Bock auf weitere Videos und kleine Trips mit Said und Kollegah? Schreibt es uns in die Kommentare, abonniert diesen Kanal und bleibt dran! ARD Text im Auftrag von Funk